Heute schauen wir uns einmal das Bielefelder Kennhuhn an. Das ist auch eine sehr interessante Rasse, die recht weit verbreitet ist. Das Besondere beim Bielefelder Kennhuhn ist, dass man Hahn und Hänne schon beim Schlupf unterscheiden kann, dadurch dass die Hähne heller sind, die Hähnen einen braunen Punkt auf dem Kopf haben. Die Bielefelder sind auch eine recht große Rasse, der Hahn wiegt 3 bis 4 Kilo, aber das seht ihr später nochmal und ist auch die legestärkste Rasse, die wir bei uns haben. Schauen wir uns mal die Legeleistung an. Das sind 230 Eier im Jahr ungefähr, der Eisen braunen gesprenkelt häufig. Die Hähne wiegt 2,5 bis 3,25 Kilo und das Gewicht vom Hahn sind dann 3 bis 4 Kilo. Jetzt noch zu den Farbschlägen, also die Farbgefiedervarianten. Da gibt es zwei Stück, nämlich ganz normaler Kennsperber und dann gibt es noch den Silberner Kennsperber, wie ihr auch in den Bildern sehen könnt. Das war das Schöneuer-Achneuer. n Halinaufer und der Eisen lege wird ja auch in den Bildern sehen. Die Biele studieren dann gerne schon alle Säden, aber das geschieht. Das wird ja auch in den Bildern sehen. Der Fest ist die Biele studieren, aber dieses Jahr-Achneuferler sein soll auf uns 4 Schöneuer, wie ihr auch in den Bildern sehen könnt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020